Herzlich willkommen zur dritten Vorübung. Wenn wir diese Vorübung miteinander abgeschlossen haben, dann starten wir mit der kyrillischen Schrift und die wirst du dann in Windeseile lernen. Sei also schon mal gespannt und freudig drauf. Jetzt geht es weiter mit den restlichen zehn Symbolen. Dieses Mal verknüpfen wir die Zahlen aber nicht mit abstrakten Bildern oder mit irgendwelchen Symboliken, sondern mit deinem Körper. Die 21 verknüpfen wir mit den Füßen. Kannst dich auch gerne kurz hinstellen und die Füße berühren. 22 mit dem Knie, so wie dieser junge Mann hier kniet, um seiner Angebeteten einen Heiratsantrag zu machen. 23 mit den Oberschenkeln, siehst du diese kräftigen Oberschenkel. 24 mit dem Gesäß, hier siehst du zwei mögliche Optionen. 25 mit dem Bauch, ja der Bauch, hier sieht man ihn ganz deutlich. 26 verknüpfen wir mit dem Brustkorb und hier siehst du im Grunde diesen Mann, wie er mit beiden Armen den Brustkorb bewegt, um hier das Getreide zu schneiden. 27 die Schulter, du siehst hier ganz deutlich den Einsatz der Schulter. 28 der Hals, hier siehst du einen Hals und 28 passt ganz gut. Wie gesagt, du kannst auch einfach deine eigenen Körperpartien entsprechend berühren. 29 die Nase, ja hier haben wir sie auf dem Bild. Und 30 die Stirn, irgendwie sind die beiden letzten Bilder etwas Corona-lastig, aber wir haben auch hier die Stirn. Gut, los geht es, wiederholen wir nochmal die letzten 10. 21 die Füße, 22 die Knie. Mach gerne ein bisschen Gymnastik und berühre die jeweiligen Teile, dann lernst du das entsprechend schneller. 23 die Oberschenkel, 24 das Gesäß, 25 die Knie. Der Bauch, 26 der Brustkorb, 27 die Schulter, 28 der Hals, 29 die Nase und 30. Die Stirn, gehen wir jetzt nochmal von Anfang an durch, alle 30 Bilder, mal schauen wie viel du schon zusammen bekommst. Für die 1 steht der Baum, 2 Zwillinge, 3 Kuchengabel, 4 Auto, 5 die Hand, 6 der Würfel. 7 der Zwerg, 8 die Achterbahn, 9 der Regenschirm, 10 die Bibel, 11 der Fußball, Fußballstadion. 12 das Gespenst, 13 die Katze, 14 das Herz, 15 der Ritter, 16 die Zigarette, 17. 17 das Kartenspiel, 18 die Straße, 19 der Teller, 20 der Fernseher, 21 die Füße, 22. 21 das Knie, 23 der Oberschenkel, 24 das Gesäß, 25 der Bauch, 26 der Brustkorb, 27. 22 die Schulter, 28 der Hals, 29 die Nase und zum Schluss 30 die Stirn. Wiederhole jetzt diese 30 Symbole, bis du sie vorwärts, rückwärts und seitwärts durcheinander und komplett gemischt abrufen kannst. Und dann geht es weiter mit der ersten Übung zu den 10 ersten Buchstaben des Kyrillischen Alphabets.